Was geil wäre, falls dir jemand von Giants hier zuguckt oder falls ein begabter Modder hier zuguckt, Terminals adaptiv zusammen mit Sehmaschinen oder mit Anbaugeräten. Marken spezifisch, heißt du hast irgendwie ein Krone-Gerät, ein Amazone-Gerät und so weiter und dafür hast du ein Terminal und wenn du dieses Gerät anhängst, hast du automatisch dieses Terminal im Fahrzeug. Das wäre mega geil.